Okay, Polly, her mit dem Saft. Legen wir los! Zeit für eine Kostprobe. Beim Wissenschaftlich. Und los! Was sagen die Moleküle? Wir brauchen ein bisschen mehr Orange. Ich hoffe, dass die Leute auf dem Wochenmarkt heute durstig sind. Ja, hoffentlich verdienen wir genug, um das Teleskop fürs Planetarium zu kaufen. Und dann kann ich den Mond endlich höchstpersönlich ganz aus der Nähe bewundern. Bald, mein süßer himmlischer Freund. Also dann, Team. Volle Konzentration und Augen auf das Ziel. Lasst uns Saft verkaufen. Was haben wir denn da? Ich brauche das Medaillon. Ei, ei, Kapitän Scharni. Schluss mit den Späßchen. Oh, oh, ups. Keine Sorge, Nick, ich hole sie. Oh, oh. Oh, das klingt nach einem Abenteuer. Ja, ein Portal. Mädels, wir müssen doch das Geld für das Teleskop verdienen. Wir haben wirklich gar keine Zeit für eine neue Medaillonwelt. Und wenn wir wirklich schnell sind? Ja, 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 ja. Oh ja, schnell wie ein Hase, versprochen. Na los, Scharni. Das ist für die Wissenschaft. Bitte. Na gut, für die Wissenschaft. Aber nur einmal kurz umsehen, dann geht's zurück an die Saftbar, versprochen. Großes Ehrenwort. Nick, passt du auf den Stand auf? Kann ich machen. Okay. Und klein. Dann will ich mir den Schatz mal holen. Wow. Guckt euch das mal an. Wow. Oh. Das scheint eine Art Ansammlung von mehreren Medaillonwelten zu sein. Wie ein Korridor, der sie alle verbindet. Wow. In dieser Medaillonwelt gibt's Zuckerwattebäume. Oh. Und Pizzaberge. Und diese Medaillonwelt hat ein Taschenthema. Wow. Viel Zeug. Oh, Mädels. Und was ist mit der hier? Das ist die Tür zurück zum Saftstand. Macht schon. Ihr habt es versprochen. Hm. Okay. Oh, entschuldige. Nur noch zehn Minuten, dann gehöre ich ganz dir. Mädels, wir haben eine Kundin. Entschuldigung. Ein frisch gepresster Orangbüter kommt sofort. Das war knapp. Keine Sorge. Jetzt kommt uns nichts mehr in die Quere. Mama. Mein Medaillon. Oh, das Häschen hat es mir geklaut. Oh, bitte nicht. Man fängt Nager am besten mit Nagern. Und ein Körnchen. Bis später. Mädels, dieses Häschen ist auf einer Mission. Tja. Endstation, Kuschelpfote. Gib mir das Medaillon. Das ist die letzte Warnung. Haha, niemals. Na und auf. Bist du froh, dass ich dich gewarnt habe? Oh, Flauschi. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, dass sich das Jonglieren auszahlt. Hab ich dich, du feuches Nagetier. Okay, jetzt gib mir mein Medaillon wieder und verschwinde von hier. Nein, bitte nicht. Ich brauche das Medaillon. Ach ja? Wofür denn? Bitte sag nicht ein Abenteuer. Bitte sag nicht ein Abenteuer. Um meinen verschwundenen Schatz auszuspüren. Was denn für ein Schatz? Oh, sowas Blödes. Das klingt nach einem Abenteuer. Können wir es? Bitte, Shani. Ist ja schon gut. Ein schnelles Vermisster-Schatz-Abenteuer und dann geht's zurück an den Stand. Versprochen. Großes Gelenbot. Willst du? Wofür denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017